auch hier kommt der angeschlichen guten tag erstmal wir sind ja gerade am dach kommunikationszentrale angekommen mal ja ein bisschen ich schmeißen sie mich schon mit schmeißen sie mich schon mit war nicht angefangen hallo kann doch wohl nicht sein okay dann fangen wir jetzt mal an so dach kommunikationsrelais so heißt einsatz wiederholen sie sind fast da ist auf einem dach und so groß dass sie nicht übersehen können halten sie die augen nach jtf text offen wo sie ein finden ist der andere vielleicht nicht weit das ist auf einem dach und so groß ist nicht übersehen hier da sind die weg wo sie ein finden die muss ich erstmal ich muss mich wieder einspielen da kommt denn der ja geflogen alter verwalter komm zeig dich zeig dich wo ist sie denn ach die steht da oben na wenn man wenigstens treffen würde ja meine schrotwumme fett fett fettes teil der gern auch gucken hier ist irgendwas rausgefallen da juckt auch immer schon auch hier brille verschmiert geht mal hier hoch so mein schluck kaffee und weiter geht's dach kommunikationsrelais das muss schon die aufnahme noch ändern irgendwelchen mist geschrieben glaube ich neues ziel ach da kommen sie da kommen sie da kommen sie ach habe ich wieder heute einschloss ganzes magazin vorwahl jetzt probieren wir die noch mal aus naja so prickeln ist das teuer nicht na doch schon immer mal muss halt auf den kopf zielen mit dem teil na gut wo sind wir hier gibt es hier was ach nee jetzt muss man ja hier runter hier hinten ha ha herrlich naja hallo hola huu oh nachladen nein es ist eure Stadt ah ich treffe ihn von dem teil na komm weg lenke auf den was macht er denn hier ja doch ist schon nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht lebenspunkte stabilität und das ist natürlich cool stabilität naja gut mal wieder mit rumpa mal probieren alle die das hören alle die die leuchtwackeln sehen auf die dächer es geht uns nein warte aber irgendwo ist doch hier jetzt abschneiden mit viereich sei es gut da gehen wir mal runter sit und was ich wieder mal vergessen hab treffen müsste man nur man trifft ach das macht spaß mit meinen Jungs das ist da hochgucken gehen wir mal hoch gucken Nachladen, na klar. Sehr schön, schöne Waffe, gefällt mir. Das ist was für Rufe Wache zu markieren. Gegner schön mit Kopfschluss markieren, herrlich. So, machen wir mal das Teil auf hier. Mach doch mal auf, mach doch mal auf, 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 komm. Mach mal auf. Geht es jetzt hier weiter? Na klar, backern sie doch schon. Ohhhh, hat er gesagt. Wollen wir mal nen Laptop einmachen. Okay, was ist da los? Sieht aus wie ein Schlüsseltest auf Signalstärke. Einer dieser Techies muss Ahnung gehabt haben. Sieht aus wie der Versuch einer Triangulation. Zu viel des Guten, aber nicht gegen hohe Ansprüche. Also wenn die nahe rankommen. Uh. Fatsch. Ente, mein Freund. So, ähhh, ja. Den Jungen. Sind die anderen tot? Ja, die sind tot. Nix mehr da. Muni ist voll, brauchst nicht. So. Gucken wir mal noch ein bisschen rumballern hier mit dem Teil. Hallo, hört mich jemand? Äh, hier ist John Rhys. Ach scheiße, was mach ich hier? Ich, wir müssen hier raus. Wir müssen mit... Rys, hier ist Paul Rhodes. Wir brauchen die Antenne und sie wurden außer Kurs. Wir brauchen sie klarzumachen. Rys. Ja, verstanden, aber das sind Monster, die töten und... John, John, atmen Sie tief ruhig und packen Sie sich an den Eiern. Und dann bringen Sie das zu Ende. Bringen Sie das zu Ende. Okay. Na komm. 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 Ein Eiern. Komm. Okay. Okay. Das ist einfach. Kein Problem. Das kann gehen. Warnung! Feinde im Anmarsch! Ach, geh da rein! Ich komm ganz gut voran, aber wenn Sie verhindern könnten, dass ich erschossen werde... Ich verhindere, dass du erschossen wirst. Ich geb mir Mühe, mein Freund. So, jetzt messen wir gleich meine Granate hoch. Komm. Wo bist du? Ich zeig den Kaffeein. Ich glaub, jetzt kommen sie wieder von hier. Ich muss mal wieder hier rüber gehen. Da kommen sie schon. Ich muss mal wieder hier rüber gehen. Ach, das macht Spaß. Ich hätte gedacht, dass eine Schrotflinte mir mal so richtig Spaß macht. Hätte ich ja mal nie erwartet. Ja, ja. Ja, ja. Und weg ist er. Hahahaha. Herrlich! Das Teil macht mir halt so richtig Spaß. Sehr, 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 sehr schön. Was gibt's nicht mehr Schönes? Gucken wir mal rein. Nichts. Haben wir schon. Haben wir schon. Haben wir schon. So, mal ein bisschen hier noch einsammeln. Das gibt Geld. Ich bin nämlich knapp. Ich hab so viel rumgebastelt an meiner Rüstung, dass ich keine Kohle mehr hab. Und jetzt machen wir das Ding noch an. Hä? Andere Seite. Ach da. Genau. Schlepptop benutzen. Und fertig. Einsatz abgeschlossen. Okay. Loslassen. Aber jetzt sind sie fertig. Und abseilen. Und wir sind bestens versorgt. Denn hier sind keine Feinde und wir schicken einen Druck, der sie abholt. Alles klar? Okay. Ich reise dann mal ins Safehouse. Mir immer wieder ein bisschen Muni holen. Und dann können wir noch mal eine Mission nach Ene hinterher schieben. Noch Ene hab ich noch Lust heute. Safehouse. Bis gleich. Had rede. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.